Herzlich willkommen zu einem weiteren Lernvideo von Netzwerb Deutsch, dem Netzwerk zum Lernen der deutschen Sprache. Diesmal zeigen wir euch die Konjugation des deutschen Verbs zu hören. Schaut und hört euch die Formen gut an. Wir beginnen zunächst mit den Stammformen. Hört zu. Hört zu. Hat zu gehört. Kommen wir nun zu den Zeitformen. Als erstes schauen wir uns das Präsens an. Ich höre zu. Du hörst zu. Er hört zu. Wir hören zu. Ihr hört zu. Sie hören zu. Weiter geht's mit dem Präteritum. Ich hörte zu. Du hörtest zu. Er hörte zu. Wir hörten zu. Ihr hörte zu. Sie hörten zu. Wir machen weiter mit dem Perfekt. Ich habe zugehört. Du hast zugehört. Er hat zugehört. Wir haben zugehört. Ihr habt zugehört. Ihr habt zugehört. Kommen wir als nächstes zum Konjunktiv 1. Ich höre zu. Du hörest zu. Du hörest zu. Er höre zu. Wir hören zu. Ihr höre zu. Sie hören zu. Nun folgt der Konjunktiv 2. Ich hörte zu. Du hörtest zu. Er hörte zu. Wir hörten zu. Ihr hörte zu. Sie hörten zu. Den Schluss macht der Imperativ. Höre zu du. Hören zu wir. Hört zu ihr. Hören zu sie. Das war unser heutiges Lernvideo zum Verb zuhören. Wir hoffen es hat euch gefallen. Wenn ihr weitere Videos wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Schaut auch auf unseren Webseiten www.verbformen.de, www.verben.de, www.sprachlehre.de und www.zz.de vorbei. Macht's gut und bis zum nächsten Video, euer Team von Netzwerb. Bis zum nächsten Video, euer Team.